Musik Jo ihr Verrückten, herzlich willkommen hier zu einer neuen Runde Minecraft Bad Wars zusammen mit dem Mr.Mehr Spiele Hallo, ich freu mich jetzt in die Mitte, ich fliege mich jetzt in die Mitte Let's go ey Bin tot Nice Ne, try hard Ich bin halt ein Igel-Profi So, es gibt ja auch dieses schnell rüberbauen, das kann ich aber nicht, bin ich zu dumm zu Fahrst brütschen? Ja, ich kann das nicht, ich wüsste auch gar nicht, wie das funktioniert Musst du seitwärts hin, also so ohne, das ist echt kacke, weißt du was ich meine? Musst du seitwärts hin und her hin und dann, ach das kann ich mir nicht vorstellen Das bin ich auch so blöde für so Das war auch wieder zu blöde ey Du merkst schon, wir sind Best Ja, Best Team EU Wir sind in der Topform Ja, Sonntag gegen 18.01 Uhr, da ist die Topform ja am Start Sonntags ist man ja immer hypermotiviert für alles Und chillt nicht nur den ganzen Tag zuhause rum, nein Und macht eigentlich gar nix Oh, da trifft mich der Blaue noch, ich wollte gerade Kreuz helfen gehen Hat aber nicht ganz geklappt, haben die schon einen Bogen oder was, oder wie hat der dich getroffen? Ne, ne, haben den Stick Da sind wir so mit einem einzelnen Hit noch im Arsch Nice Das ist ja mein, mein Lovely Yo, und der nächste, ach Gott Ja, scheiße, jetzt, du musst ein Schwert mitnehmen auf jeden Fall Weil die Blauen haben nämlich schon, oder die haben schon ein Schwert Da in der Mitte, der eine Das ist ja blöd Der ist schon ein bisschen, ja, ein bisschen harter Ich bin ein Equip-Vorteil halt irgendwie Equip-T Das heißt, wir müssen jetzt ganz schnell Staff holen Ein bisschen Gold Ich hab den, äh, blauen Garten runtergekickt Sehr schön Der meinte, wo er will Der meinte, er dachte wohl, er ist Boss, aber das ist ja nicht Der wollte Stress So, die beiden Blauen sind down Hm Yo Sehr gut Oh, der ist runtergesiegelt, der eine, wa? Den hab ich schon runtergekommen mit einem noch Backstick Yo, der hat einfach schon ein Bogen Was? Yo, renn doch noch mehr das nächste Mal Alter Hat schon jemand ein Bogen? Ja, ja, den hab ich aber gerade vernichtet Alter, der ist aber gerade so ein bisschen, ey Das war schon wieder so ein bisschen Der ist mir zu schnell gerannt, der Junge Schon wieder so ein bisschen hacky war das, so Aber ich hab schon immer damit schon mal blau weg, also So, und wieso? Ey, andere Teams werden ja richtig leicht Nein! No, 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 no Ich save jetzt erstmal Gold Die sind noch nicht so weit. Ach die sind Was!? Sind da die alleine ey. Teampartner hat kein Bock mehr. So ich kaufen mir jetzt erst mal ein Bogen. Schönes Ding. Nimm jetzt das hier so guck mal, dann kann es jetzt losgehen. Ach das Gold backt hier so. Ja, ja, das hat bei mir auch gerade mega rumgebackt. Ich konnte es nicht aufnehmen. Gomme fix, please, lol. E2, please. Wow, warum schießt du auf mich? Ich schieße doch gar nicht auf dich, oder? Warte, sind wir grün? Ja. Okay, Entschuldigung. Herbert, die beiden roten... Nee, warte mal. Ich staunen. Ja, es ist nur ein roter. Herbert und Tab stehen zwei. Verstehe ich nicht. Stimmt. Tab spackt. Ja, nice. Ich bin sehr stört. Du bist halt der Zerstörer, der zählt. Du denkst, du kommst hoch, aber du kommst nicht hoch, weil ich dein Wett jetzt zerstöre. So, bam. Und ich komme jetzt runter zu dir. So, get down. Wo bist du, mein Freund? Wo ist er denn hin? Du bist der König der Welt. Wo ist denn unser Freund, der Bruder? Er ist nicht in die Mitte gelaufen. Wo ist der hin? Der versteckt sich. Er ist hinterm Haus. Der sneakt bestimmt. Oder im Haus. Ich sehe ihn. Er ist rechts auf dem Händlerhaus. Ach da, gucke mal. Gucke mal, BoSkills. Was für BoSkills? Ja, das frage ich mich auch immer wieder. Was für BoSkills? So, nice. Ja, Team Rot wurde schon mal vernichtet. Jetzt müssen wir nur noch zu Team... Ach Gott, Team Gelb hat sich noch nicht mal rüber gebaut. Das löse ich jetzt das Problem. Baust du dich jetzt zu dem rüber oder hast du eine Enderperle gemacht? Ne, ich baue mich rüber. Okay. Als der da herkommt, dann können wir beide da hin. Yeah. Yeah. Ja gut, okay. Das Gold ist hier ein bisschen am bangen. Das wird, glaube ich, nicht besser. Warte mal, ich schieße den schon mal ein paar Mal mit dem Bogen ab. Weil der baut da oben, glaube ich mal... Wir bauen die Eisenbahn. Shoot, shoot. Ja, der chillt eh da oben. Also der ist ganz weit weg. So, nice. Ich habe ihn schon ein paar Mal getroffen. Glaube ich noch nicht oft genug. Aber der ist echt jetzt schon mal low. Low leave, ey. Nix. Guck mal, ich baue schon mal sein Bett ab. Speed rush, yeah. 5 Minuten 14. Boah, das war aber gerade echt schnell. Ich habe im selben Moment irgendwie sein Bett abgebaut und ihn noch einmal geschlagen und getötet. Das sind die Bassen. Yeah. Aber wir sind nach einem kurzen Schnitt in einer neuen Runde wieder. So, da sind wir zurück in der zweiten Runde. Der Cut, der war ja echt richtig schnell. Heute mal wieder. Boah, du cuttest ihn auch, Alter. Ja. Cut den 4-Abonnenten. Cut for life, so. Und ihr wisst überhaupt, ist mittlerweile jeder Typ Igeln. Oder Bitschen, oder wie auch immer man das nennt. Ja. Außer ich. Ich auch nicht. Ja, Gott sei Dank. Ich bin auch schlecht. Nur ich bin schlecht. Nee, nee. Lass uns zusammen schlecht sein. Zusammen fühlt man sich besser. Ja. Yeah. Ach, bist schon in der Mitte? Ja, ich habe schon viel Gold. Ich gehe mal selten. Sehr gut. Oh. Ich komme wieder raus und telefonieren. Ja, ich baue schon mal unser Bett so ein bisschen ein. Das mache ich hier irgendwie immer einmal so automatisch. Damit es zumindest ein bisschen geschützt ist. So. Fast bridgen geht nicht. Ja, der ist runtergefallen. Ist halt nicht so sein Ding, ne? Okay. Nee, ich bin noch nicht runtergefallen. Nee, der andere meine ich mal. Ach so, der andere. Der Blaue. Der hat geigelt und ist dabei runtergefallen. Ein Blue. Da wird die... Das ist ja beim Potzen mittlerweile nicht mehr igeln. So. Ich habe ein bisschen Eisen geholt. Yay. Eisen. So. Food Didi. Ja. Ah, ich habe noch Blöcke. Sehr gut. Schießt du den etwa? Oh, warte. Das grüne Bett ist schon mal weg. Wer hat das grüne Bett geholt? Schnecke snacken. Pferdefresse. Leute, ich bin down. Alter, du hast... Ach nein. Okay, nee, doch nicht. Ich dachte gerade, das sah gerade von unten so aus. Ich habe so hoch geguckt. Es sah gerade so aus, als hättest du den zurück... Als wäre der nochmal auf dem Weg gelandet. Gibt es ja auch immer diese geilsten Leute, die da erstmal richtig schön, ja, irgendwie so... Sachen machen, die eigentlich unmöglich sind, ne? So, da kommt der Rote schon wieder. Ich gönne mir aber jetzt als erstes das Gold, mein Freund. My friend, das ist nicht dein... Pass auf, der Rote kommt. Nee. Doch. Der kommt. Klinge weg. Ich zerstöne von hinten. Sehr gut. Ich habe sechs Gold. Sehr nice. Kauf dir doch mal was Schönes. Ja, ich kaufe mir jetzt was Schönes, doch. Ich kaufe mir einen schönen... Einen schönen... Ey, der andere Leute, die Blauen, die permanent beim Britschen sterben, weil sie es nicht hinbekommen, ist ein Clan. Ich glaube, das ist der Clan, der... Wir können nicht Britschen immer probieren. Oh, guck mal, da kommt der Rote wieder. Oh, ich gehe bei uns. Und ich ärgere den jetzt mal ein bisschen da drüben und treffe ihn nicht. Ja, jetzt habe ich ihn getroffen. Nice. Oh, denk ich mir einfach, du bist Boss. Ja, du bist Boss. Oh, hi. Na? Wie sieht's aus? Mr. Ein Blue. Da be die, da be die. Da be die, da be die. So. Jetzt wollen wir mal gucken, was die Blauen hier so veranstalten in ihrer Freizeit. Oh, da ist einer, du. Da ist einer richtig am Start. Wir schießen da einfach mal die Pfeile rein. Da wird einfach reingeknallt. So aufpassen, nicht so gewalttätig, ne? Ach du, komm. Was machen die denn jetzt? Du, das hilft euer Bett auch nicht mehr viel. Wenn ihr das da jetzt so ein bisschen zubaut. Du, ich treff dich eh. Ach, bist du auch da? Hi. Ja, aber ich hab Angst, dass der Rote kommt und Goldstechen geht oder so. Ja, oder unser Bett holt. Das wär auch schlecht. Ich beobachte dich nebenbei den Roten. Ja, ich beobachte hier alles. Alles, was geht. Alles wird hier beobachtet. Alles wird das Hekt gemacht. Oh, shit. Ja, genau. Ich bin erstmal gestorben. Die Blauen sind doch heftig. Oh, warte mal. Ich hab grad irgendwie ein Pfeil hat grad noch irgendwen getroffen. Ich hab noch grad diesen Sound gekriegt. Yo, du hast ihn getötet. Hä? Was? Hä? Ich hab diesen Sound gekriegt und bei mir wird angezeigt, du hast ihn getötet. Obwohl ich gar nichts gemacht hab. Ich weiß nicht. Hex. Hast du in die Wand geschossen und er hat vielleicht die Wand abgebaut? Ja, das kann sein. Ja, ja, das könnte sein. Ja, das nenne ich mal Skill. Ja, das war echt richtig der Epic-Move. So, da kommt unser anderer Freund wieder. Die Pferdefresse. Und baut erstmal unseren Weg ab. Einmal hab ich ihn erwischt hier. Du kannst mal hier direkt, ne? Get down und so. Pass auf! Nicht, dass das Pferdefresschen dich runterhaut. Ich hol mir auch mal direkt wieder einen neuen Bogen. Ich glaube, er ist schon geflogen. Sehr nice. Ähm, so. Eine Spitzacke. Da ist ein blauer down. Da ist einfach eins, zwei, drei. B-b-b-b-b-b-b-boh. Du bist der 1-2-3-Bowl. Ja, nice. So. Wie sieht's aus, blaues Team? Wollt ihr nochmal was Schönes auf der Nase haben? So, also allgemein. Komm mal. Komm mal. Genau das. Uh, Bow Spam. Ja, wenn man keine Waffe hat, ne? Dann muss man's irgendwie anders regeln. Ah, du hast keine Waffe? Ne, ich hab leider keine Waffe dabei. Oh Gott. Nein! Nein! Du Arsch! Ich hab dem blauen aber noch eine gegeben. Ja, ich hab dem auch eigentlich genug gegeben. Also eigentlich hätte er sterben müssen. Normalerweise. Aber das Problem war, ja, ich hatte echt keine Waffe. Ich hätte eine Spitzhacke dabei gehabt. Geil. Das hätt's aber, glaube ich, auch nicht so gebraucht. Warte, ich hol jetzt erstmal ganz schön Eisen und hol mir mal ein bisschen... Oder ich hol mir mehr Gold. Hm. Der Rot hat Gold gesaved, glaube ich. Echt? Na, warte mal. Obwohl, hier ist eigentlich noch relativ viel. Hoffen wir mal, dass das nicht getan hat. Doch hat er wirklich, glaube ich. Okay, warte mal. Ich beobachte den. Mal. Na, ich seh's noch nicht so ganz. Also ich hab jetzt so nicht gesehen, dass er jetzt sich hier den krassesten Bogen ever gemacht hat. Und man weiß ja nie, ne? Okay, das heißt, ich renne ganz schnell rüber zu uns. Probier mich nicht abzusehen. Nein! Nein! Bist du runtergefallen? Ja! Aus Dummheit aber! Ich hab dir direkt mal vier Gold hingeschmissen. Kannst du direkt einen Bogen kaufen? Oh, ein Gold. Oh, ne, okay. Oh, wie blöde. Wie blöde. Alles verloren. Alles verloren. Das ist every day I'm shuffling bei mir. Und täglich grüßt das Murmeltier. Das Murmeltier. Das Murmeltier. Oh, scheiße. Ja, wenn man ihn mit dem Pfeil haut. Oh. Das war dumm. Das nenne ich mal mega die Dummheit gerade. Das war echt... Das war einfach nur blöd. Die bauen sich da jetzt erstmal richtig die fetten Mauern hin, wa? Ich hab 38 Eisen. Yay! Ich versuch gerade den blauen aufzuhalten. So, ich mach mir mal krasses Equipment währenddessen. So ein bisschen mehr Brustpanzermäßig und sowas. Und ein geiles Schwert. Ach, ich bin so blöd. Ich bin... Ah, der hat mich runtergebrochst. Wer? Der rote? Der blaue, der ist jetzt in der Mitte. Ach, scheiße. Und wir kriegen wir hier nichts gebacken. Da hab ich das Gefühl. Ach, der... Guck mal, da liegt der eine jetzt zu uns da. Wie im Probe. Hast du Eisen über? Ja. Ach, mit 26 Stück hier. Pass mal auf, da kommt der eine. Ja, ich seh ihn, ich seh ihn, ich seh ihn. Ach du mein... Ach so. Ach ja, ach ja. Scheiße, wir haben aber keinen Bogen, ne? Kacke. Das heißt, schnell in die Mitte, schnell einen Bogen kaufen. Pass auf, der ist da, 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 der ist da. So, der eine, der andere, sein Teamkollege, probiert mich gerade mit dem Ding, seinen Bogen abzuschießen. Das wird aber nix, Bruder. Freund der Sonne, das... Pass auf, der schießt auf dich. Pass auf, ich hoffe, er trifft mich jetzt nicht. Das wäre mega beschissen. So, okay, warte, ich kauf ganz schnell einen Bogen. Yes. Oh Gott. Get down. Okay, warte mal, wir müssen mal den Freund da hinten... Pass du auf den anderen auf? Die igeln uns ein. Nein, das ist das hier. Oh, ich hab ihn getötet. Pass auf, der andere ist da hinten auch wieder. Naja, versteck dich oder so. Du hast nicht so viel Leben noch. Ja, doch, es geht. Einigermaßen. Ich hab einen Rest an Equipment. Alter, wieso trifft der einen denn so oft? Hier, hier. Ja? Oh, danke. Hätte dich. Pass auf, der kommt. Der bütscht sich da fast erstmal hoch. Das riecht ja Profi. Hab ich ihn runtergekickt? Nein. Nein, scheiße. Ach Gott, ich dachte gerade... Ich hab ihn, ich hab ihn. Nice. Da kommt auch der andere. Der andere über dir. Ja, ja, ich seh ihn, ich seh ihn. Über den Skyway. Der rote rennt so lange zu blau. Oh, scheiße. Der rote rennt zu blau. Ja, ich kick ihn von unten. Ja, ich hab ihn. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Ja, wir sind wieder im Game, Baby. So. Ich baue mich jetzt mal über deren Scheißweg hoch und gehe zu deren Scheißbase, Alter. Und jetzt gibt's richtig Rabatz hier. Hab ich das schon mal gesagt? Jetzt geht's... Oh, Team Blau. Oh, oh, tot. Oh, Team Rot. Nice. Oh Gott. Nein. Nein. Ich vollfass. Ich bin über den Weg geslidet. Wie so ein Idiot einfach. Und bin einfach gestorben, ey. Da kann... Echt, da fällt dir nichts mehr zu ein. God damn it. Ah, der ist bei uns auf dem Weg. Ich seh's. Ja, nice. Er ist runter. Warte, ist der... Oh, der rote, der rote, der rote, der rote, der fehlt noch. Der portet sich nach Hause. Wo portet der sich nach Hause? Ja, in seine Welt. Ach so, ist das schon... Oh Gott, nein. Okay, den müssen wir noch irgendwie auf die Kette kriegen. Aber, Team... Warte mal, schießt du gerade auf mich? Nee, ich schieß auf den Roten. Der Rote schießt auf dich nebenbei. Mmh. Ich habe 12 Gold. Nice. Ich sprinte gerade über den blauen Weg irgendwie wieder zurück zur... In die Mitte. So. Du könntest natürlich jetzt zur blauen Base gehen, weil das ist halt direkt hinter... hinter uns, ne, um irgendwie Stuff zu kaufen. Oder ich mach das. Glaub dir Stuff, Mann. Ich werde... Bitte verteidigen mit meinem Leben. Mit deinem Leben. Ja, aber das Gute ist... Hinter uns, da kann er einen nicht abschießen. Hihihihihi. Oder nicht runterschießen. Das sind immer die Profi-Tipps. Was soll ich denn kaufen? Einen besseren Bogen? Was gibt's denn hier so Geiles? Ich glaube, ich kaufe mal. Ich kann hier mal hier da runterspringen. Das geht einfach schneller dann. Spring mal runter. Du, das geht schneller, ne? Oh, ich hab schneller falsch geschrieben, oder? Und er verbessert dich. Hä, schneller hat er genauso geschrieben wie ich. Hä? Guck mal, hast du's gesehen? Hä? Warte mal. Spring einfach runter. Geht schneller. Schneller. Hä? Bitte? Erzähl mal, aber was wolltest du jetzt sagen damit? Ja, war richtig. Ich versteh grad nicht. Hä? Ich weiß jetzt nicht, was er... Ich bin verführt. Nicht ganz, nein. Hä? Du hast doch schneller geschrieben. Geht? Schneller. Du hast es genauso geschrieben wie er. Hä? Vielleicht hat er eine eigene Fantasie-Welt. Ja, schneller. Du hast schneller geschrieben statt schneller. Ist einfach so. Vielleicht hat er so ein Text-Affekt, wo bei ihm das komisch aussieht, oder so. Ich hab ihm auch noch einen Hit mitgegeben. Oh. Ich riskiere das. Ich hab ihm noch einen Hit mitgegeben. Er trifft mich nicht. Pass auf. Jetzt wird's Ende. Bist du da? Bist du bei ihm? Ich bin down, Alter. Er hat einen Dreierbogen, oder so. Oder einen Siebener. Ich hab einen Siebener. Gerade in der Hand. Ja, der müsste aber fast down sein. Also ich hab ihm auch noch mal getraut. Ja, der kapselt sich da auch grad so ein. Der ist gleich down. Ja, ich guck mich noch mal neu an und stürm mich vor, oder so. Hier ist aber genug. Also du kannst, kannst noch herkommen. Hier liegt so viel Gold rum. Ja, ja. Also da kannst du richtig schön gönnen. Es ist immer nervig, wenn der sich dann so einkapseln. Alter, die Runde geht auch schon einfach Ewigkeiten, hab ich so ein Gefühl. Aber weil der halt sich alle so ein bisschen einkapseln immer. Und wir doof sind und rumferieren wie sonst was. Aber okay. Obwohl, der Bogen geht. Hattest du überhaupt eine Rüstung an? Ja, ne? Aber wahrscheinlich nicht. Hattest du einen guten Brustpanzer? Glaube ja. Trotzdem bin ich irgendwie richtig schnell dauernd gewesen. Okay. Irgendwie. Naja, ich geh mal in die Mücke. Hab ich überhaupt was zu essen? Ja, hab ich sehr gut. Oh, 19 Gold. Ja, deswegen. Ah, hier noch mehr. 24. Aber ich treffe ihn einfach nicht mehr. Irgendwie. Weißt du, ich mach jetzt, ich mach da, ich tricke 69. Er baut sich da hin und her und probiert sich da irgendwie was aufzubauen, aber ich treffe ihn einfach überhaupt nicht. Pass auf, er schießt auf dich. Nicht mehr, ich bin schon in der Base. Achso. Okay, ich könnte mich jetzt probieren rüber zu sneaken, das bringt's aber nicht. Bist du bereit? Teamarbeit. Scheiße. Er hat den perfekten Punkt gefunden, um mich zu treffen. Fuck. Ich bin bereit, ihn zu töten. Ich baue hier mal ein bisschen aus. Komm, ich geh mal eben umbringen. So, bis gleich. Jo, bis gleich. Ach, du hast dich rübergeportet? Ja, klar. GG, ey. Nice. Oh Gott. 15 Minuten 25. Heilige Mutter. Das ist so ein Hundekot. Heißt der andere. Ach du Scheiße, ey. Hundekot, Pferde. Was sind das für Namen, Bits? Oh Mann, Leute. Aber, wenn's euch gefallen hat, dann könnt ihr gerne eine Bewertung da lassen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Schaut auch bei dem Mr. Wir haben heute Falle. Bei dem Mr. Morgame. Boah, wir haben gewonnen. Hallo. 15 Minuten, Alter. Beste Leben. Aber wir waren scheiße. Morg. Hoch die Hände, ne? Hoch die Hände, Wachtle. Okay. Ja gut, alles klar. Tschüss. Tschüss.